Nebennierenschwäche heilen, warum ich kein Cortisol gebe oder Cortison gebe, ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Selz, ich habe klinische Erfahrung in der Behandlung der Nebennierenschwächen, warum ich war einfach in einer Rehabilitationsklinik, wo wir sehr viele Fälle hatten von Burnout und so bin ich auch in das Thema Hormone, bioidentische Hormontherapie und so weiter hineingeschlittert, mehr oder weniger zwangsläufig, weil auch die Patienten von der Psychotherapie oder Verhaltenstherapie nicht so sehr profitiert haben, wie ich mir das vorgestellt habe und irgendwann habe ich dann gemerkt, hoppala, wir betrachten das Ganze psychisch ist ja völlig falsch, denn es gibt auch eine massive, große körperliche Komponente beim Thema Nebennierenschwäche, beim Thema Burnout, beim Thema einfach allgemeiner Energiemangel, Energielosigkeit und so weiter. Ja, ist mittlerweile jetzt über 15 Jahre her und ich habe doch das eine oder andere hier in der Klinik vor allem ausprobieren können, weil einfach die Schlagzahl der Patienten so ein hoher Durchlauf ist, sodass das sehr, sehr lehrreiche Jahre für mich waren letzten Endes. Wenn Sie das Thema interessiert, empfehle ich Ihnen, dass Sie hier unten auf www.drsales.com klicken, dort gibt es den Eintrag in meinen Hormon-Newsletter bzw. in die Quick-Tipps und dort kriegen Sie weitere Tipps zum Thema Hormonsystem nur am Rande oder Sie können sich auch ins kostenlose Webinar eintragen, dort geht es auch nochmal um das Thema Hormonsystem. Aber lassen Sie uns zurückkommen zum Thema Nebennierenschwäche und hier haben Sie vielleicht schon gehört, dass viele Therapeuten empfehlen, dass man Hydrokortison nimmt. Schauen wir uns das gleich nochmal hier an auf der Abbildung, sprich wir haben hier links unser Gehirn mit der Hypophyse und rechts haben wir die Nebenniere und hier brennt ein zu kleines Feuerlein, sprich unsere Nebenniere, die schüttet zu wenig Cortisol aus, was ja im Prinzip das Hauptmerkmal letzten Endes der Nebennierenschwäche ist, dass einfach das Cortisol fehlt und darunter leiden die Menschen letzten Endes. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht günstig ist, wenn man leichte und mittlere Nebennierenschwächen mit körpereigenem Cortisol behandelt. Warum? Wir sprechen jetzt nicht von der schweren Nebennierenschwäche, die auf jeden Fall behandlungsbedürftig ist mit Cortison, sonst würden die Menschen ja gar nicht richtig gescheit überleben können. Aber es ist doch so, dass wir häufig Nebennieren messen, die noch Cortison machen, aber viel, viel zu wenig und um diese Patientinnen und Patienten soll es jetzt hier gehen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie kommen wir denn eigentlich hier zu unserem Cortison? Und ich habe hier links schon mal drüber geschrieben Hypophyse. Die Hypophyse, die macht uns nämlich einen Steuerbefehl, jetzt habe ich mich verklickt, die macht uns einen Steuerbefehl und diesen Steuerbefehl, den kann man sich so vorstellen, wie wenn hier einfach unsere Hypophyse die Nebenniere anschreit nach dem Motto, mach mal mehr. Und das Ganze funktioniert hier über das Adrenocortikotrope Hormon, das ACTH und über dieses ACTH kommt es dann einfach dazu, dass die Nebenniere mehr Cortison ausschüttet, sprich unser Feuerlein wird größer. Bei der Nebennierenschwäche kann es jetzt einfach so sein, dass wenn das Problem auf organischer Ebene ist, dass dieser Steuerbefehl zwar funktioniert, dass eben der Körper dieses ACTH ausschüttet, dass er dann auch versucht, diesen Steuerbefehl größer zu machen, lauter zu machen, dieses ACTH weiter auszuschütten, in der Hoffnung, dass da hinten das Feuerlein größer wird. Nur, wenn die Nebenniere schwach ist, wenn beispielsweise bestimmte Bausteine fehlen, dann funktioniert das nicht. Und in diesem Moment sagt man halt einfach, okay, dann ersetze ich dieses Cortisol oder dieses Cortison und gebe hier unten einfach mehr Cortison rein, sodass die Nebenniere entlastet ist, dass man hier also gar nichts machen muss. Was passiert aber, wenn wir das tun? Also angenommen, wir erhöhen jetzt quasi unser Cortison, das Feuerchen der Nebenniere bleibt ja weiter brennen, aber wir sagen einfach, wir erhöhen das Cortison, indem wir das Cortison, also stören Sie sich nicht, wenn ich einmal sage Cortison oder einmal Cortisol, Cortisol heißt es im Körper, das ist identisch, also wenn wir das Cortisol einfach hier erhöhen und sagen, okay, wir geben jetzt hier mal viel rein und das Feuerchen brennt jetzt hier über unsere Tabletten wieder richtig. Dann bedenken die wenigsten Therapeuten, und ich habe es einfach ausprobiert, ich spreche aus Erfahrung, dass folgendes passiert. Über den negativen Feedbackmechanismus passiert eben folgendes, dass der Körper registriert, hoppala, hier ist ja wieder ausreichend Cortisol da und Cortison zur Verfügung, ich kann meinen Steuerbefehl komplett zurückfahren. Das heißt, er wird die Nebenniere von oben nur noch ganz wenig anschreien und er wird seinen Steuerbefehl klein machen. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn das Ganze gut funktionieren würde, dann hätten wir jetzt jemanden, der sofort wieder zu Kräften gekommen ist, sagen wir mal innerhalb weniger Tage, Wochen, sagen wir mal sechs Wochen und alles ist prima, der Steuerbefehl da oben, der darf dann ruhig klein sein, das stört uns nicht weiter, dass das ACTH hier eben zu klein ist, aber die Realität sieht einfach anders aus, das habe ich alles ausprobiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, wenn man dieses Cortison bei den schwächeren Stadien und bei den mittleren Stadien gibt, dass die Leute nicht zwangsläufig mehr Kraft dadurch haben, die nehmen es zwar, aber sie sagen, es hat irgendwie keinen Effekt und der Steuerbefehl wird einfach kleiner. Ich nehme dem Körper die Chance, ja letzten Endes seine Nebenniere wieder anzusprechen. Was ich gemacht habe, was ich dann ausprobiert habe, ist, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich gebe dieses Cortisol eben nicht, sondern ich lasse die Nebenniere hier auf kleinem Feuerlein weiter brennen, das, was sie kann, was sie machen kann, soll sie machen. Ich lasse den ACTH-Steuerbefehl so weiterlaufen, wie wir es zu Beginn der Abbildung gezeigt haben, aber ich mache hier hinten ganz, ganz viel, dass ich eben die entsprechenden Supplemente gebe, dass ich die entsprechenden bioidentischen Hormone gebe, dass ich die entsprechenden lebensverändernden Maßnahmen gebe oder umsetzen lasse oder dass ich hier einfach auf bestimmte Dinge verzichten lasse, wie schwarzer Tee, wie Kaffee und diese putschenden Dinge und dass man auf diesem Wege hier die Nebenniere, dieses Feuerlein wieder größer macht. Denn ich finde häufig auch bei den ACTH-Stimulationstests folgenden Sachverhalt, wie bei meiner Patientin heute, darum bin ich auf die Idee gekommen, dieses Video auch zu machen, man kann natürlich sagen, man testet das, ob die Nebenniere anspringt. Und bei ihr war es jetzt so, sie hat also hier einen sehr großen ACTH-Test gemacht, das ACTH wurde reingespritzt und die Nebenniere hat eben zwar im Rahmen, aber nicht powermäßig geantwortet. Und eigentlich müsste die Nebenniere powermäßig antworten und sagen, ich spritze hier viel Cortisol in die Blutbahn, ich setze viel Cortisol frei, wenn ich mit einem künstlich hohen Steuerbefehl über diesen ACTH-Provokationstest ausgesetzt bin, dann muss ich quasi viel Cortisol bilden. Was ist aber, wenn mir hier hinten die genannten Nährstoffe fehlen, so wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, also einmal die Vitamine, die Mineralstoffe, die bioidentischen Hormone, Sie wissen vielleicht, die Vorstufe von Cortisol ist das Progesteron und so weiter und so fort, dann kann mir die Nebenniere, auch wenn ich sie noch so laut anschreie, auch hier hinten nicht reagieren. Eine Sache vielleicht noch, wie kann man sowas erkennen? Man kann sowas erkennen, wie die Hormone untereinander auch oder zueinander stehen in den Tests, in den Hormontests. Ich empfehle hier den Speicheltest, aber das ist eher eine philosophische Frage. Es gibt das Lager des Speicheltests empfiehlt, es gibt das Lager des Bluttests empfiehlt. Das ist eigentlich ganz egal, wenn man es lesen kann, ist egal welchen Test, das man vorgesetzt bekommt. Und dann kann man schon sehen, wenn die Nebenniere auch die anderen Hormone, Adrenalin, Noradrenalin, DHIA noch produziert und wirklich nur das Cortisol zu niedrig ist, dann kann ich schon davon ausgehen, dass mir die Nebenniere eigentlich gut funktioniert und dass ich es eher mit einem Baustoff, mit einem Nährstoffmangelproblem zu tun habe, als dass ich es damit zu tun habe, dass die Nebenniere hier wirklich elementar zerschossen ist und gar nichts mehr machen kann. Also so differenziere ich das und so bin ich mir dann auch auf der sicheren Seite oder ich bin auf der sicheren Seite, dass ich hier nichts verschlafe, dass ich auch die Cortisolgabe nicht verschlafe. Wir haben ja gesagt, wir nehmen da das Hydrokortison als Ersatzstoff und wie gesagt, die Beobachtung aus der Praxis war eben, deswegen fühlen sich die Menschen nicht zwangsläufig besser, genauso wie heute meine junge Patientin um die 30, die gesagt hat, das Cortisol und das Cortison hat mir gar nichts gebracht. Und dann habe ich ihr die Zusammenhänge erklärt und genauso haben wir das jetzt letzten Endes für sie umgesetzt und ich bin mir sicher, der Patientin geht schon in 4, 5, 6 Wochen deutlich besser als jetzt. Wie gesagt, hier unten nochmal klicken, in die Hormon-Quick-Tipps eintragen, alles völlig kostenlos oder mal am Webinar teilnehmen, sodass Sie mal ein größeres Bild kriegen über das Hormonsystem, wie funktioniert es und vor allem die wichtige Information, dass es nichts bringt, nur ein oder zwei Hormone zu betrachten, sondern Sie müssen immer das Gesamtpaket betrachten, vor allem jetzt halt hier auch bei der Nebenniere. Hätte man vorher schon einen umfassenden Hormontest gemacht, mit dem nötigen Fachwissen, wäre das bestimmt einige Jahre und wir sprechen hier bei dieser 30-jährigen Patientin von einem Zeitraum von 8 Jahren eben vorher aufgefallen. Danke fürs Zuhören und bis bald, bis zum nächsten Video.